Hey, was geht ab? Mein Name ist Till, ich hoffe es geht euch gut. Einige von euch haben mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal ein paar Videos zu den Basics machen kann, also wie man zum Beispiel einen Kompressor einstellt oder einen EQ und ich habe gedacht, hervorragende Idee und deswegen soll dieses Video der Start zu einer Videoserie sein, wo wir uns alles angucken, von Mikrofonauswahl bis hin zur Einstellung in Logic, wie nehme ich auf, welche Sample Rate und welche Bitrate. Wenn du neu auf dem Kanal bist, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und wenn du die Glocke drückst, weil dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Heute geht es um Mikrofone, schreib doch mal unten in die Kommentare, welches Mikrofon du benutzt und was damit deine Erfahrungen sind. Es gibt unglaublich viele Arten von Mikrofonen, es gibt Bändchenmikrofone, Flächenmikrofone, Shotgunmikrofone und noch ganz viel anderes. Die sollten uns aber eigentlich nicht so doll interessieren, weil im Homestudio und Studioalltag kommt eher vor, dass wir Kondensatormikrofone und Dynamische haben. Und dann gibt es noch die Richtcharakteristik von einem Mikrofon, das heißt, von wo muss das Mikrofon besprochen werden, damit die Membran richtig arbeiten kann. Bei diesem Mikrofon, was ein Kondensatormikrofon ist, handelt es sich um Nierencharakteristik. Das heißt, wenn man von oben drauf gucken würde, wäre die Charakteristik, in der es ausgerichtet ist, so. Und weil das scheinbar wie eine Niere aussieht, heißt es Nierencharakteristik. Wenn das Mikrofon von vorne und hinten aufnehmen würde, dann wäre es eine 8, also es würde hier hinten und da aufnehmen. Eine Kugelcharakteristik würde heißen, es nimmt komplett einmal ums Mikrofon auf, was nicht immer geht, weil so ein Mikrofon hat einfach einen Körper, irgendwo muss ein Stecker dran, da kann es halt nicht aufnehmen, aber sonst nimmt es im Großteil auf. Für uns und zum Aufnehmen von Vocals ist am interessantesten die Nierencharakteristik, weil wir wollen vor dem Mikrofon stehen und da rein rappen oder singen. Wie gesagt, ist das hier ein Kondensatormikrofon und das bedeutet gleichzeitig, dass es Strom braucht. Das kriegt es über ein dreipoliges Mikrofonkabel, also ein ganz normales Mic-Kabel, was ihr auch zu Hause wahrscheinlich liegen habt. Das steckt ihr in den Preamp, ins Mischpult oder in die Soundkarte und da gibt es einen Knopf, der heißt Phantomspeisung, Phantompower oder 48 Volt. Das hier ist ein Kleinmembran, Kondensatormikrofon eignet sich hervorragend für Instrumente, für Vocals würde ich es nicht benutzen, wie sein großer Bruder, benötigt das auch Strom. Kondensatormikrofone zeichnen das komplette Frequenzspektrum ab, leider sind sie etwas anfällig, was Poplaute angeht, weshalb wir so einen Popfilter benutzen. Dynamische Mikrofone, wie zum Beispiel das SM58, was man von der Bühne kennt, haben einen Popfilter schon integriert. Einen Popschutz bzw. Filter braucht man, damit die Plosivlaute, also P und B, wenn ich die direkt ins Mikrofon reinpuste, nicht zu doll aufgenommen werden und nicht unnatürlich oder störend auf der Aufnahme sind. Das SM58 wird nicht von der Seite besprochen, sondern von oben, weil die Membran sitzt hier, das heißt, hier muss das Signal auch aufkommen. Es ist auch Nierencharakteristik. Hier ist auch übrigens der Popfilter integriert, ja, hier ist so ein Schaumstoff drin, den kann man auch mal waschen und wenn das Ding stinkt, weil zu viele Leute da reingespuckt haben. Auch der Elefantenp*** aka SM7B ist ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik und wird so besprochen. Ich habe es letztens auf TikTok gesehen, dass jemand da so reingesungen hat, was man machen kann, was aber wirklich keinen Sinn macht. Popschutz ist hier auch wieder drauf, dieses Ding und man sieht hier, kann man wahrscheinlich nicht sehen, aber dort ist die Membran, da muss reingesprochen werden. Nierencharakteristik, das heißt, von vorne schön nah dran. Der Vorteil von so einem dynamischen Mikrofon ist, es braucht kein Strom erstens und zweitens nimmt es nicht ganz so viel Raumgeräusche auf. Das heißt, wenn du in einem Raum bist, der nicht so gut behandelt ist, wäre es vielleicht ratsam, ein dynamisches Mikrofon zu nehmen. Der Nachteil ist, dass die Höhen nicht ganz so schön aufgenommen werden und man das im Nachhinein bearbeiten muss und dass im Vergleich zum Kondensatormikrofon das Signal, was du in deine DAW kriegst, wesentlich leiser ist und bei diesem Mikrofon du wahrscheinlich nicht drumherum kommst, auch einen Preamp zu benutzen. Und dann gibt es noch Modeling-Mikrofone, wie zum Beispiel von Slate, Antilope oder Townsend Labs. Die versprechen dir, mehrere Mikrofone in einem zu sein. Unterschiedliche Richtcharakteristiken und klassische Mikrofone werden nachgebildet, entweder über DSP-Power oder danach in der Software, nachdem du es aufgenommen hast. Ich selber habe damit noch keine Erfahrung gemacht, habe aber schon unterschiedlichste Meinungen zu diesen Mikrofonen gehört. Ich hätte die Möglichkeit, so ein Mikrofon mal auszuleihen. Wenn du Bock darauf hast, schreib es doch gerne unten in die Kommentare. Egal für welchen Mikrofon-Typ du dich auch entscheidest, das Wichtigste ist, dass es zu deiner Stimme passt. Dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob es ein 2000, 10.000 Euro Mikrofon ist oder ein 100 Euro Mikrofon. Wenn das zu deiner Stimme passt, ist es immer das beste Mikrofon. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Schreib gerne unten in die Kommentare, welches Mikrofon für dich das richtige Mikrofon ist und warum du dich dafür entschieden hast. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke, dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Im nächsten Video gucken wir uns an, wie man das Mikrofon positionieren kann, um S-Laute zum Beispiel zu vermeiden, wie man den Raumklang optimieren kann und ob Mic-Screens tatsächlich Sinn machen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du das mit deinen Freunden teilst und ansonsten heißt es, die nächsten Folgen folgen. Bis dann!